Ja, ich bin da. Was ist los? So geil, liebe Stollen, oder? Er spricht über dich! Die Zähne. Auf die Zähne. Gleich. Ich will mal eben... Oben war doch sein Zimmer. Ich habe gerade... Dinge gehört. Sieht fast aus wie mein PC. Okay. Ja, ich will nur noch mal einen Blick drauf werfen. Schon so lange her. Oh, Lavalampen habe ich auch noch drei Stück. Zwei davon im Betrieb. Okay. Okay. Oh, du hörst du. Man kann nicht mehr raus. Okay. Das kann jetzt nur ein lustiges Gespräch werden. Ähm... Was haben wir da? Kriter? Ja, die Schwester habe ich eben gehört. Deswegen dachte ich, die... Die macht da rum mit einem. Äh... Ich kann nur so viel machen. Und nur in den Gefängnissen der Law. Ich meine, ich habe meine Hände voll mit Gary, der Poisoner. Er ist nicht nur Poisoniert der Wasserstoffe. Er hat sich weiterentwickelt, er hat sich weiterentwickelt, wie Streetlamps. Wir wissen nicht wie das funktioniert. Oder wenn es tatsächlich ein Problem ist. Vielleicht ist es ein bisschen überrascht. Ich bin ein bisschen überrascht. Und ich wünsche, dass ich mehr Zeit auf die G3 konzentrieren konzentrieren. Aber du... Du hast zwei Top-G3-Officer in weniger Zeit genommen, als es uns dauert, um ein einziges Report zu machen. Also, du kannst mir sehen, wie du mir helfen kannst. Aber... Es gibt auch eine Art, die ich dir helfen kann. Oh, ja? Und wie ist das? Diese Werkzeuge auf meiner Tasche hier wird dir helfen, zu retten, deinen fellow Menschen. Du kannst es benutzen, um sie zu einem seltenhafen, die meine Team hat für sie zu bleiben. und die G3 sind mitgebracht. Mhm. Was ist das? Die Menschheit ist, technisch eine Drogen. Ich kann nicht mit gefährlichen Drogen in den Händen meiner Bürger, und du kannst nicht mit deinen Menschen getrennt und verletzten. Das löst beide unsere Probleme. Assumierst du, dass du weiterentwickelt hast, die G3? Ja, ja, we're gonna stop now. Dann, thank you. Sincerely. You humans and Gatleons, you're both very noble species. This means a lot to me. I've made up my life's work to use my power to help people in need, but even I have my limits. I'm just glad I have someone like you to turn to. As a token of thanks, my team will be feeding any intel we find on the G3 directly to your handler, Mr. Zaruthian. We've already sent him everything we had. The rest is in your hands. Yeah, yeah, whatever. We just like killing freaks. If you wanna help, you're more than welcome. That's all I have for you. Feel free to stay as long as you like. The view is breathtaking. Is it? Naja. Oh, uh, feel free to stay as long as you like. Jaja. Hab's schon verstanden. Was viel hier? Jaja. Ich geh ja schon. Denise Richards. Denise Richards. Das ist übrigens der komplette Film, der da läuft. Am Anfang, wo man das gestartet hat, ne, wo der Alien dann da eingezogen ist, hat er den Fernseher angemacht, hab ich dann ganz weile Vorspannen, bla bla bla. Und, ähm, man kann tatsächlich den ganzen Film gucken. Das ist ein alter Trash-Film. So geht's zu Mr. Keeps. Oder? Halb 10? Lohnt sich das? Äh, Mr. Keeps? Was? Was war denn? Oh shit. Ich hätte besser zuhören sollen. Wo sollen wir hin? Ah, guck mal jetzt ist offen. Wir können wieder raus in die Stadt. Ja, äh, äh, mein Haus wurde auf diese Alien-Planet gebracht, damit ich da leben kann. Mhm. So, Mr. Keeps. War das nicht da oben? Dieser Laden? Dieser Laden? Dieser Laden? Hoppa. Okay. Okay. Hey, willkommen zu Blordo's. Ich bin Blordo. Hier für die Essen? Oder die andere Sachen? Mhm, 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 mhm. Haha. No, come on, we're good. Tell us. Ah, fine. I sell secret shit, if you know what to ask for. But don't tell the cops. Now order something or leave. Okay. Cutie Town Rap-Scheibe. Diese Rap-Scheibe enthält die Koordinaten zum Warpen in einer ganzen Stadt. Ich frage mich, wie das funktioniert. Achso. Warp-Scheibe, nicht Rap-Scheibe. Ich habe am Samstag Raps gegessen. Selbstgemachte. So. Kino Warp. Diese Warp-Scheibe enthält die Koordinaten, um in ein Alien-Kino zu warpen. Ich habe gehört, sie spielen einen dieser neuen Menschen-Filme. Boah, ich habe nur drei Steine. Da müssen wir aufpassen, ne? Guck mal, das kostet schon mal Nulli. Können wir mitnehmen. Dann nehmen wir die Kino. Die Scheibe nehmen wir auch noch mit. Ganz unauffällig. So. Ähm. Das ist der Laden, ne? Hier oben. Oder war das... Ne, das war hier, ne? Ne. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Sweezy ist weg, f***! Hallo. Hallo, ist das Pizzas? Ich will eine Pizzas jetzt. Ich will eine Pizzas jetzt. Ich will es jetzt. Du verstehst? Nicht in 30 Minuten oder weniger oder was auch. Ich brauche es instantanäne. Und ich weiß, wir haben die Technik für das. Warum bist du immer noch mit Pizzas mit Fuß? Ja! Na ja, das ist sogar nichts. Das ist doch gar nichts. ah da oben da ist der laden der mir auch lustige sachen zu kaufen wo war das hier in der ecke alles sachen die ich kaufen kann manche haben auch gar keinen sinn so wie ich das verstehe guck mal ein bisschen rüstungen aber immer erst mal das jetpack kaufen nicht dass wir dann nicht genug zeug haben geld haben das lufttank können wir reden mit dem ist das ein jetpack deckenlicht fasst kronoleber kronolebern erzeugen die inneren flüssigkeiten die es wie sich zeitblasen ermöglichen die zeit zu verlangsamen und die abklingt zeit nach der verwendung zu verkürzen so jetpack dann können wir noch mehr kaufen wie könnte denn so ein jetpack aussehen gleitstoßeinheit ist ja jetzt nicht unbedingt ein jetpack ne jetpack das ist doch für mich oder great choice really phenomenal choice let's lock that purchase in nice don't we get a jetpack now not so fast i got a backorder that bad boy i have it ready for you in a couple of days i promise no refunds by the way this purchase is final oh way to rip us up guess we'll wait not like we have a choice let's go tell das ist kein homo simpson ja was ist das denn wenn du mit proteinpulver und bauchfreien tops anfreunden kannst dann baust du vielleicht genug muskulatur auf um hier reinzupassen ja komm erstmal zurück zu gene he 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 die konnte man da kaufen dann gehen wir doch gerade mal da hoch da war doch eine trommel gelegen da hinten trommel Alles klar, wir sind alle bereit. Du hast etwas gekauft, ich bin sehr interessiert. Oh mein Gott, hast du den Kind gefunden, richtig? Ist das für ihn? Kann er es haben? Ja sicher. Ich würde lieber nicht, aber gut. Oh, vielen Dank, er ist sehr glücklich und dankbar. Er wird nicht dich verletzen, das war ein guter Use von deinem Zeitpunkt. Vielen Dank. Oh, verdammt, also kann der kleine Freak spielen. Gott, was ein Spiel, Alter. Ist das geil. Was? Im Strafzettel, weil das Haus da steht. Ich liebe es. Ich liebe es dir. Ich liebe es dir ein Ticket. Aber es ist mein gesamtes Job. Es ist die einzige Sache, die ich mache. Jo. Dann ist das so. Jo. Dann ist das so. Okay. Geh man ins Bett. Hey, good night, partner. I'm just gonna sit right here and watch you fall asleep. I'm really glad we met. But, you know, I think, I think we're doing something amazing here. How cool would it be, if we actually stopped the G3. Sorry, sorry, I'm just, I'm excited. I'll shut up. Let's get some sleep. Pretty soon, you know, we'll be jetpacking across all the space. Sorry, I'm being too loud. You're probably trying to, let's get you to sleep. Ach, stimmt. Hat ja am Anfang nicht von so einem, äh, äh, Retro-Spiel geträumt. So fing das auch an, ne? Space halten, okay. Klar. Holy shit, this rules! Damn, you're just like a Tony Hawk dot com JetPract Pro. Drücke noch in der Luft C, um zurück auf dein Dach zu schweben. You can't hear you. I'm about to bang your mind. Ah. Show me what in your Hawk is. What are you doing? I will guess what's in your mind. Get the fuck away from me. Okay, I have a deck of cards. Get the fuck away from me. Okay, I have a deck of cards. Get the fuck away from me. You're like grabbing at me. Ach so, na, ich muss zurück aufs Dach fliegen. Nice. Maximale Höhe. Halte Space und erreiche die maximale Höhe des JetPacks im Verhältnis zu deiner Position. Well, I gotta tell you, Gene was right. That's gonna come in handy. It's also fun. You can fly while doing combat. It's a very cool feature that we have here. We put a lot of time and effort into it. Let's head back and talk to Gene and see if there's any new Bounties. Oh, da ist er. Lizzie ist wieder da. Oh. Oh. You got a big date with your sad sack flimborg boy toy? Fuck off, Gene. Like you've even ever been on a date. Hey, don't even start, sister. I know a lot about dates. I fucked more aliens than your brain could comprehend. And even I don't want to touch your boyfriend. I'm so sick of hearing about this guy. Yeah, right. My boyfriend is so fucking hot though, right? Is wahrscheinlich heiß. Tweak is wahrscheinlich hässlich. Ne, is wahrscheinlich heiß. Ich bin auf der Seite meiner Schwester natürlich. Oh, come on. You haven't even seen him. Why'd you answer that? Trust me. You don't have to support her just because she's family. This guy's a loser. He is so hot. He's like a low seven. Or a high six. And he's really nice to me. Yeah, no ulterior motives there. Just clean up after yourself. Jesus. Hey, look. I'm sorry if I'm coming off harsh. He's messing up the group dynamic. We've got a good thing going here. We do that fun sitcom banter back and forth while your nibbling here goes and blasts alien baddies in the face. It's great. Dude, you're lucky you even get to live here with us. I don't care about your damn dynamics. I'm just saying you barely know this guy. Are you sure you're even attracted to him? Most aliens only bang their own species. Oh, what about you? You just said you've slept with basically everything in the whole galaxy. Yeah, but I'm a washed up degenerate. You got your whole life ahead of you. That's more condescending than it is sweet. What? No. Look. We've spent all this time living together. I care about you now, Leslie. For fuck's sake. My name is Lizzy. Come on. Tell her I care about her. Jean, halt dich aus ihren Angelegenheiten raus. Jean versucht nur zu helfen. Das wird sich raushalten, ne? We're all living under the same roof. And that makes us family. And it makes her business my business. I'm the man of the house. So she needs to do what I say. And before anyone accuses me of being a misogynist. Yeah, I know I'm a misogynist. We all know I'm a misogynist. That's bad. And I'm working on it. But this is about me being right and your sister being wrong. Listen to yourself. I can make my own decisions. I don't know why you think you're suddenly some father figure to me. Just because you're crashing on my couch and eating my diary. Oh, yeah. I said eating. He's been eating pages out of my diary. So what? My species eats paper. It's delicious. Who gives a shit? I'm so sick of this shit. Look, I just don't want Tweak to think I'm messy, okay? It's that simple. And I don't want you dating him at all. Why don't I set you up with my nephew Grimble Dick? He's got a steady job. And yes. Before you ask, he's got both his legs. That's not like a family ailment or anything. Fuck off. Just grow up and get used to me and Tweak. Come on. Tell Gene I can date whoever I want. Lizzie can ausgehen mit wem sie will. Lizzie sollte nicht mehr mit Tweak ausgehen. Ja, so eine Sache, ne? Why aren't you answering? Ja, ja, ja. Can you hear us? Sie kann ausgehen mit wem sie will. Thank you. Not that I needed your approval. Oh, fine, yeah. Team up against the depressed paraplegic. I didn't know you were depressed. I mean, I knew you were depressing. Har, har, har. Just clean up, Gene. Okay? Sorry to drag you into all that. Anyway, a nice little arrangement with clothes. They sent us intel on two new bounties. So, uh, go ahead if you wanna get started on those. You want me to give up my softball game now to go up to your house? That certainly would be- You know, I appreciate you having my back, but, uh, Maybe your sister's right. Or not. What do I care? Team Gene, baby. Marvelous. Hey, are we cool? You were kinda coming at me pretty hard during that argument. And just remember, like, we're siblings, right? And you're all I've got left right now. And Gene's a piece of shit. Oh, hey. Another girl on the team. Good. Actually, I mean it. I'm not being snarky. That's so nice to see. Yeah, yeah, don't get too excited. We're not even the same species. Was hast du so getrieben? I'm okay. Sorry, we roped you into another argument. I want you to meet Twig, by the way. I really think you'd like him. He's really nice to me. And, well, he's helping me feel a little more normal. Even though his body doesn't make any fucking sense to me. And he keeps trying to take me to restaurants that don't serve anything edible to humans. But, no, he's really sweet. So don't worry about me. You can focus on killing the Space Mafia. Or whatever. The Space Mafia. Hm, ich würde ja so eine D-Michel-Tasse kaufen. Aber die wäre sexier, wenn da D-Michel und nur das Profilbild drauf wären. Ohne Internet oder so. Hm, laut denk. Ähm, ich hab tatsächlich, hab ich mir die gekauft. Die kam am Samstag. Bestellt sie nicht. Also da muss ich das Motiv auf jeden Fall nochmal ändern. Weil, ähm, in der Vorschau eine weiße Tasse mit dem hellweißen, oder eine dunkelweiße Tasse mit einem hellweißen Aufdruck. Ne, mit YouTube-Adresse, mit Twitch-Adresse, mit meiner Homepage. Jetzt kam das Ding am Samstag und es ist alles weiß. Also die haben die Adresse gar nicht erst drauf gedruckt. Ne, weil es weiß auf weiß ist. Das muss ich nochmal ändern. Da war ich heute auch auf der Arbeit am überlegen, wie ich das mache. Also irgendwas muss ich mir da einfallen lassen. Ich weiß nicht, wie oder was. Einfach nur meinen Avatar und unten, ähm, keine Ahnung, Homepage oder was? Oder was meinst du? Die Mischel und nur das Profilbild. Das wäre eine Möglichkeit, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Das könnte ich so machen mir. Und zwar, also wenn hier der Griff ist, auf die Seite. Im Moment ist es so, dass auf der Seite ist, ähm, das Profilbild, ne, der Avatar. Auf der Seite YouTube und auf der Seite Twitch. Und es steht nichts drunter. Die würdest du sofort kaufen. Ja, dann muss ich das machen. Ne, auf jeden Fall, also, äh, muss man überlegen. Ähm, ich hab, ich hab hier tatsächlich noch gar nichts installiert, Grafikprogramm mäßig. Was man auch an meinen Thumbnails, äh, auf YouTube erkennen kann. Das sind nämlich keine Thumbnails. Ne, nur, ähm, äh, äh, ja, Screenshots quasi. Ich hab hier nämlich gar kein, äh, CD-ROM-Laufwerk drin. Und meine Grafikprogramme sind alle auf CD. Ich muss mal gucken, ob ich die, ob ich den Code auch online eingeben kann, dass ich die runterladen kann, die Programme, die ich hab. Und dann, äh, könnte ich das nochmal in Angriff nehmen. Mhm, mhm, mhm. Und das will ich auch bald machen. Nicht, dass da noch jemand bestellt und sich dann beschwert oder so. Das wär dann blöd. Das wär dann blöd. Aber ja, ich wollte jetzt eh mal speichern. Geht das? Ne, der speichert von alleine, ne? Krass, da kann man nicht speichern. Ich, weil, ähm, jetzt nochmal was starten, macht keinen Sinn. Ich will aber nicht, dass er jetzt, das ist alles normal machen muss hier. Komm, dann gehen wir da rein. Ah, eben hat er gespeichert, hast du gesehen? So, pass auf, dann gehen wir hier mal ein Stück weg, dass man den Fernseher nicht hört. Nur ein bisschen Hintergrundmusik. Naja. Naja. Jetzt wieder mal Bruce. Naja. olu uh... Naja. Naja. Dr. Dr.